Ihr Garten, unsere Leidenschaft, Florian Zapper, heute aus Schwäbisch Gmünd, einige Projekte und Aufträge und Kundenbesuche durchführen. Wir sind auch, wie Sie sehen, mit den Reinigungen hier betraut. Hier wird gerade die ehemalige Anlage der Landesgartenschau gereinigt. Wenn auch Sie einen zuverlässigen Gärtner brauchen, Garten, Landschaft, Bauer, Grünpflege, rufen Sie an, auch in Schwäbisch Gmünd. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.